Und nochmal zum Generator. Es kommen starke Neuigkeiten hinzu. Es ist bald eine Landingpage geplant. Wenn wir hier drauf gehen, einfach auf bigdaddycrypto.de, dann ist schon mal etwas da. Vorher stand einfach nur coming soon, also da geht die Entwicklung weiter. Portfolio Generator kann man draufklicken. Dann kann man sich hier sein Portfolio zusammenstellen. Und ich habe leider gesehen, oder mir wurde berichtet, dass über diesen Portfolio Generator leicht abgelästert wird in anderen Crypto Communities, bei anderen YouTubern. Und ich kann euch so eins sagen, ich bin unfassbar stolz auf diesen Crypto Generator, auf diesen Portfolio Generator. Den haben wir als Community zusammengebaut. Dieser Portfolio Generator ist nicht einfach so entstanden. Er ist durch Studien entstanden, durch analytische Recherche und eben, dass man gesehen hat, was ist denn jetzt wichtig am Kryptomarkt. Wie viele Anstiege, was für Anstiege hat der Kryptomarkt gemacht. Also immer wenn irgendwie Blocktrainer gesagt hat, beispielsweise jetzt Blocktrainer, Altcoins sind Shitcoins und Bitcoin wird Altcoins immer outperformen. Dann kann ich ihm natürlich zustimmen, muss ich ihm zustimmen als Realist, wenn es um jahrzehntelange Preisentwicklung geht. Aber dann dachte ich mir, uns interessiert doch nicht, wie stark welcher Coin abfällt. Niemand ist glücklich, wenn Bitcoin um 70% abfällt und wenn sein Portfolio 70% im Minus ist. Wenn seine Ersparnisse 70% im Minus ist. Keiner ist damit glücklich. Von daher ist das natürlich ein bisschen komisch, was manche Leute von sich geben. Dann habe ich diese Studie angestellt, um einfach wegzugehen von dem höheren Sank. Es kann sein, dass er sich den Markt 2017, 2018 angeschaut hat. Der war extrem schimmelig. Also wenn ich mir den Markt früher angeschaut hätte, so stark wie er es eventuell gemacht hat. Und dann hätte ich wahrscheinlich auch keinen Bock mehr auf den Altcoin-Markt. Aber heutzutage ist der Altcoin-Markt viel stärker und viel angesehener, viel kompetenter und wird auch nur noch kompetenter. Ich meine bis zu den Top 300, ich meine bis zu den Top 200, also in den Top 200, sind schon sehr viele kompetente Projekte drin. Und da wird man auch schon seltener jetzt im nächsten Bullrun oder in diesem Zyklus Tode sehen. Also im letzten hatten wir 4,7% in den Top 200 bis zum Top und 12,7% im ganzen Zyklus. Das wird dieses Mal deutlich weniger werden, weil der Markt besser wird, kompetenter wird. Aber auch die Top 300 sind nicht mehr perfekt. Vor allem, wenn wir hier nach den Top 300 bis Top 2000 schauen, dann sind wirklich so viele schimmelige Projekte drin. Wir haben es jetzt im Secret Service gesehen, wie viel man aussortieren muss. Irgendwie DAO-Token, DeFi-Token, irgendwelche Cash-Grabs, aber auch manchmal Meme-Coins, so sehr oft Meme-Coins, die unnötig sind. Also da ist wirklich sehr viel Müll dabei. Das könnte ich so bei ihm natürlich unterschreiben, aber ich würde ihm sagen, hey, pass mal auf, wir wollen ja nicht diese Müllprojekte, die natürlich den Kryptomarkt im Amt sehen, runterziehen. Wir wollen die ein, zwei, drei guten Projekte, die natürlich starke Anwendung finden und explodieren. Denn der Kryptomarkt, die Technologien darin, werden unsere Welt revolutionieren. Daher muss man ein bisschen darauf achten und unterscheiden können, nicht fanatisch sein. Aber, worauf ich zurück wollte oder worauf ich hin wollte, ist, dass der Portfolio-Generator durch diese ganzen Studien, die wir gemacht haben, entstanden ist. Er ist aus belegbaren Fakten entstanden und ich habe auch gezeigt, was die 1000x-Anstiege ausmachen werden. Ich habe die 1000x-Anstiege ausgewertet und dadurch ist der Portfolio-Generator entstanden. Wenn hier jetzt bei Risiko irgendwie schimmelige Projekte dabei sind, dann weil die Leute diese Projekte haben wollen, weil sie sie im Portfolio haben. Und wenn ich die Projekte nicht hinzufüge, dann können sie natürlich ihr Portfolio nicht vernünftig zusammenbauen und schauen, welche Altcoin-Hype-Themen sie abgegriffen haben. Dafür haben wir ja hier die Kategorie Risiko-Assets und die ganzen Assets, die hier unter Risiko sind, die sind natürlich nicht so gut. Vor allem habe ich immer und immer wieder gesagt, baut euch euer eigenes Portfolio. Ich habe nie mein eigenes Portfolio gezeigt. Ich habe nie irgendein Shitcoin in meinem Portfolio gezeigt. Ich habe nie gesagt, wie viele Projekte ich im Portfolio habe. Ich habe immer und immer wieder gesagt, Leute, das sind belegbare Fakten. Entscheidet für euch, wie viele Projekte will ich im Portfolio haben, wie sicher will ich sein. Welche Hype-Themen möchte ich haben, welche Projekte in den Hype-Themen möchte ich haben. Und ich habe immer und immer wieder gesagt, Leute, schaut euch selber die Coins an, die euch gefallen. Die müssen zu euch passen. Ihr müsst euch identifizieren können mit den Coins. Die eine Person wird klarkommen mit sowas wie XRP, XDC und Co. Weil er natürlich auf diese institutionelle Anwendung schaut. Und er kann sich damit identifizieren und natürlich diese Investitionen verantworten. Und die andere Person wird denken, nee, ich kaufe lieber einzelne DeFi-Börsentoken. Und das würde ich natürlich nicht empfehlen. Aber jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat unterschiedlich Zeit und Aufmerksamkeit. Jeder Mensch ist anders strukturiert, anders diszipliniert. Einer kann nicht 50 Projekte im Portfolio haben, auch wenn er wollte, weil er mehr kaputt macht als gut. Und so sind diese durch die ganzen Studien eben dieser Portfolio-Generator entstanden. Und da kommt noch so viel zu. Diese Seite wird ausgebaut. Da kommt noch ein paar Überraschungen auf uns zu. Hier kann man natürlich erstmal die Assets auswählen, die man hat. Und wenn man dann hier im Asset-Manager die Preise oder die Transaktionen einträgt, dann kann man hier in der Portfolioübersicht perfekt sehen mittlerweile, wie viele Hype-Themen, welche Hype-Themen du abgedeckt hast und wie viel Prozent sie haben in deinem Portfolio. Wenn man hier jetzt die Preise nicht eingetragen hätte und diese ganzen Projekte hätten überall 3,3 Prozent bei 33 Projekten, dann hätte man hier 9 Prozent im KI stehen. Aber wenn man jetzt die Preise einträgt und dann hier die Prozente und die Gewichtung von den einzelnen Themen ausgerechnet wird, kann man sehen, okay, diese Person hat doch nur 4 Prozent. Doch nur 4 Prozent im KI. Und daher kann man natürlich sein Portfolio ein bisschen anpassen. Und falls man möchte, könnte man hier noch einen Portfolio-Kommentar von meiner Meinung beantragen. Das ist aber nicht nötig. Das kann jeder für sich machen. Vor allem habe ich auch nicht so viel Zeit. Meine Zeit ist begrenzt. Das wird jetzt eventuell in der nächsten Zeit teuer. Das kostet Geld. Natürlich kostet das Geld. Die Expertise, diese ganzen Coins zu kennen, sich reinzufuchsen, Studien zu machen, das ist alles nicht umsonst. Und ich will auch nicht jeden Tag 100 Portfolio-Bewertungen machen. Also vor allem dauert eine gute Portfolio-Bewertung, wenn man es vernünftig machen will, eventuell von 6 bis 8 Stunden und dann nochmal ein Video 30, 40 Minuten schneiden für die Person. Das ist alles nicht so einfach. Falls euch das interessiert, schaut hier mal rein. Aber ansonsten würde ich sagen, dieser Portfolio-Generator an sich ist ein großer Erfolg für den deutschen Kryptomarkt allgemein, aber vielleicht auch bald für den ganzen Kryptomarkt auf Englisch. Ich bin unfassbar stolz auf diese Arbeit, die wir zusammen geschaffen haben. Sehr, sehr nice. Schade eigentlich, weil Leute, die beneiden, werden meistens nicht so erfolgreich sein, weil sie die ganze Zeit in sich gekehrt sind und darüber nachdenken, was jemand anders hat. Und Leute, die erfolgreich sind, wenn man sich das mal anschaut, in der Menschheitsgeschichte, meistens waren Leute, die erfolgreich waren, waren Menschen, die gewetteifert haben. Die haben was anderes bei jemandem gesehen, die haben es bewundert und sich das als Vorbild genommen und gewetteifert. Menschen, die beneiden, sind immer in sich selber gekehrt und denken darüber, oh, was hat die andere Person, was ich nicht habe, und verschwenden einfach so viel Zeit mit diesem Neid und den Gedanken, mit dieser Zeitverschwendung, dass sie eben nicht erfolgreich werden. Daher seid immer Menschen, die bewundern und wetteifern. Das wird einen viel weiter, das wird einen viel weiter bringen im Leben.